Die alte Nikolai-Schule war die erste städtische Bürgerschule in Leipzig. Geschichte Die Geschichte der alten Nikolai-Schule geht bis zum Ende des 12. Jahrhunderts zurück. Am 11. März 1395 wurden die Ratsherren der Stadt Leipzig durch Erlass von Papst Bonifatius IX. ermächtigt, eine Stadtschule am Nikolai-Kirchhof oder Umgebung zu errichten. Zunächst gab es aber weiterhin nur eine Privatschuleskula Nikolai-Taner, die 1490 erstmals erwähnt wurde. Wegen der Gründung der Universität Leipzig 1409 fasste der Rat dann aber erst am 14. März 1498 einen Beschluss zur Errichtung der Schule, so dass ein 1511 DK-Sekunden baufällige Haus Nikolai-Kirchhof II gekauft und zusammen mit der daneben liegenden Küsterei abgebrochen werden konnte. Am 6. Dezember 1512, dem Tag des Heiligen Nikolaus, konnte die erste weltliche Schule Leipzigs eingeweiht werden. Auch nach Umbau und Erweiterung des Gebäudes im Jahre 1530, die wegen steigender Schülerzahlen erforderlich wurden, standen den Knaben vom 17. bis 19. Jahrhundert nur vier Schulstuben zum Unterricht zur Verfügung. Sie waren im Erdgeschoss und im dritten Stockwerk eingerichtet, während der Küster mit seiner Familie die gesamte erste Etage bewohnte. Als in Leipzig 1539 die evangelische Lehre eingeführt wurde, kam es zur Reformation der Nikolai-Schule. 1551 brannte das Schulhaus ab und 1568 wurde ein Neubau errichtet, der 1596-7. im Renaissance-Stil umgestaltet wurde. 1611 war die Nikolai-Schule dann eine sechsklassige Lateinschule. Erst 1716 fand die Ausbildung in deutscher Sprache Eingang in die Schulordnung. In diesem Zeithabschnitt war der als letztes Universalgenie geltende Gottfried Wilhelm Leibniz Nikolaitaner von 1655 bis 1661. Er ist 1646 in Leipzig geboren, hier aufgewachsen und absolvierte den ersten Teil seines Studiums an der Universität Leipzig. Insbesondere hat er die für viele Wissenschaften bedeutsame Differenzial- und Integralrechnung in einer praktikablen Form geschaffen. Mit seiner Initiative zur Logik und zum Dualenzahlensystem sowie der Vorführung seiner Rechenmaschine vor der Londoner Akademie Royal Society im Jahre 1673 eröffnete er nachhaltig den Zugang zur heutigen Digitaltechnik mit Computern, Kommunikation und Automation. Er wurde als Mitglied der Royal Society aufgenommen und gründete selbst drei Akademien, die bis heute Bestand haben. Die Brandenburgische Sozietät der Wissenschaften sowie die Akademien in Wien und St. Petersburg. Leibniz hat mit seinen besonderen mathematischen und philosophischen Leistungen die Herausbildung von eigenständigen Wissenschaften sehr befördert und hiermit historisch bleibende Bedeutung erlangt. Eine Schulaula ebenso wie der bis dahin noch gänzlich fehlende Katzer standen erst nach der 1824 bis 1827 erfolgten Angliederung des benachbarten Eckhauses zur Verfügung. Im in diesem Jahr im zweiten Obergeschoss des Hauses im spätklassizistischen illusionistischen Stil errichteten Redesaal der Schule erhielt der Spätere Komponist Richard Wagner Musikunterricht Dieser wohl schönste Raum des Hauses wurde 1994 stilgerecht rekonstruiert und bietet heute bei Veranstaltungen 100 Personen Platz. Bis zum 19. Jahrhundert diente das Gebäude Schulzwecken. Nachdem am 15. April 1872 die Schule in ein neues Schulgebäude in der Königstraße 30 umgezogen war, waren hier unterschiedliche Einrichtungen untergebracht. So zum Beispiel 1886 bis 1889 die Kasekunden Interim der Königlichen Baugewerkeschule ab 1897 die erste Sanitätswache des Samariter Vereins. 1907 bis 1910 die Hauptwache der Garnison, Lager, Geschäftsräume und Räume für die Leipziger Messe. Eine Polizeiwache oder 1890 bis 1896 die Geschäftsstelle der Gemeinsamen Ortskrankenkasse für Leipzig und Umgegend. Zu Zeiten der DDR ging das Gebäude 1953 in die Rechtsträgerschaft der Universität über. Nach einer Nutzung durch die Handelshochschule in den 1970er Jahren verfiel es mehr und mehr, sodass es die Bauaufsicht 1976 sperren musste. Gegenwart Die Kulturstiftung Leipzig setzte sich sofort nach ihrer Gründung 1990 für eine Rettung der alten Nikolaischule ein. Schon im Oktober 1990 beschloss die damalige Stadtverordnetenversammlung, die Schule an die Kulturstiftung zu übertragen. Diese begann dank einer 10-Millionen-DM-Spende der Stadt Frankfurt am Main und sächsischen Denkmalfördermitteln. Das Baudenkmal in den Jahren 1991 bis 1994 behutsam zu sanieren und es einer kulturellen und denkmalverträglichen Nutzung zuzuführen. Am 10. September 1994 erfolgte die Wiedereröffnung der alten Nikolaischule. Die Sanierung wurde mit dem ersten Architekturpreis der Architekten Kammer Sachsen in der Kategorie Umnutzung und Ergänzung historischer Bauten ausgezeichnet. Es entstanden so in der Leipziger Innenstadt ein neues kulturgeschichtliches Ausflugsziel und mit dem Gasthaus Alte Nikolaischule in der Historischen Schulstube, dem Auditorium, ein bekanntes Restaurant der Stadt. Des Weiteren befinden sich heute in der alten Nikolaischule der Sitz der Kulturstiftung Leipzig und seit 1994 Dekasekunden antiken Museum der Universität Leipzig. Im Jahre 1996 gründete die Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur hier ihr Automatikmuseum mit engem Bezug zu G. W. Leibniz und auf Basis einer Sammlung der Technischen Hochschule Leipzig. Inzwischen ist das Automatikmuseum in das Gebäude Garage in der Karl-Heine-Straße 97 umgezogen. Die Räume beherbergen jetzt ein Richard-Wagner-Museum, das 2013 anlässlich seines 200. Geburtstages eröffnet wurde und sich den Entwicklungen in Kindheit und Jugend dieses in Leipzig gebürtigen Musikgenies widmet. Die Nikolaischule als Institution befindet sich heute in der Schönbachstraße als neue Nikolaischule Leipzig. Rektoren 1512-1518 Johannes Rumpfer 1520-1523 Konrad Pilkleimer 1525-1535 Johannes Muschler 1535-1541 Wolfgang Meurer 1541-1544 Georg Zähler 1544-1559 Maximus Göritz 1559-1562 Georg Massbach 1562-1567 Leonhard Wolf 1567-1574 Sebastian Rösler 1574-1588 Johann Oetwein 1589-1567 Christoph Heiligmeier 1607-1629 Johann Friedrich 1630-1638 Zacharias Schneider 1638-1663 Johann Hornschuch 1663-1670 Friedrich Rappold 1670-1676 Jakob Thomasius 1676-1693 Johann Gottfried Herrichen 1693-1699 Johann Gottlieb Meister 1699-1733 Ludwig Christian Krell 1734-1746 Dietrich Dressler 1746-1751 Johann Christoph Ottlob 1752-1758 Christian Gottlob Halthaus 1758-1774 Johann Jakob Reiske 1775-1794 Georg Heinrich Martini 1795-1798 Gottlieb Samuel 1828-1866 Karl Friedrich August Norbe 1866-1877 Justus Hermann Lipsius 1877-1884 Theodor Vogel 1884-1890 Karl Mayhoff 1890-1909 Karl Heinrich Otto Kemmel 1910-1915 Oskar den Hart 1915-1916 Georg Berlitt 1916-1925 Albrecht Räum 1925-1937 Fritz Friedrich 24. September 1945-31 August 1937 Walter Frannert 1. September 1951-4 März 1953 Friedrich Kluge 1. März 1953-31 August 1958 Otto Miersch Berühmte Nikolai Tana Gottfried Wilhelm Leibniz Christian Thomasius Johann Jakob Vogel Johann Gottfried Säume Christian Friedrich Rüdiger Emil Adolf Ross-Messler Hermann Schulze-Delitz Karl Hermann Schildbach Richard Wagner Friedrich Max Müller Karl Liebknecht Friedrich Kün Friedrich Kün Vielen Dank.